Perfekt poliertes Besteck, eine Herausforderung für die Firma Thomas Dörr. Als Gastronom oder Betreiber von Großküchen wissen Sie, wie wichtig perfekt poliertes Besteck ist. Bis jetzt war dies mit aufwendiger Handarbeit verbunden. Jedes Besteckteil musste einzeln von Hand sorgsam getrocknet und poliert werden, um Wasserflecken zu vermeiden. Dieser Vorgang war extrem zeit- und kostenintensiv. Perfekt poliertes Besteck, ohne aufwendige Handarbeit. Die Kunden schätzen an unseren Produkten die extreme Zeitersparnis. Die Investition amortisiert sich in kürzester Zeit. Mit den Besteckpolier- und Trocknungsmaschinen von Thomas Dörr gehört diese teure Handarbeit endgültig der Vergangenheit an. Ob Chrom, Edelstahl oder hochwertiges Silber, das Besteck wird einfach in gewaschenem und nassem Zustand in die Besteckpoliermaschine eingelegt. Es durchläuft dann über einen spiralförmigen Aufstieg ein hochwertiges Granulat. Dieses reine Naturprodukt trocknet und poliert das Besteck und sorgt so für dauerhaften Glanz. Das Besteck sieht aus wie neu. Und das alles in nur einem einzigen Durchgang. Der regelmäßige Einsatz einer Besteckpoliermaschine von Thomas Dörr verringert die Oxidation des Besteckes erheblich und sorgt so für eine deutlich bessere Optik ihrer Besteckteile. Eine speziell eingebaute UV-C-Lampe sterilisiert das Besteck und Granulat während des gesamten Poliervorganges. Dadurch ist höchste Hygiene gewährleistet. Egal welche Anforderungen ihr Betrieb an eine Besteckpolier- und Trocknungsmaschine stellt. Ob Gastronomie oder Großküche, Stand- oder Tischgerät. Die Firma Thomas Dörr fertigt Modelle für jede Betriebsgröße und jeden Bedarf. Der Granulatwechsel erfolgt je nach Gebrauch alle 4 bis 8 Wochen. Bereits die Abfüllung des Granulats erfolgt unter sterilen Bedingungen. Perfekt poliertes Besteck in bester Qualität. Wir sind deutscher Hersteller. Wir produzieren alle Geräte hier am Standort. Wir legen sehr großen Wert auf eine hohe Qualität. Made in Germany wird auch im Ausland stark nachgefragt und inzwischen exportieren wir alle Geräte weltweit. Die solide Konstruktion der Besteckpoliermaschinen von Thomas Dörr sorgt dauerhaft für zuverlässige Ergebnisse. Und das innerhalb kürzester Zeit. Mit einer Kapazität von 1500 bis zu 8000 Besteckteilen pro Stunde können Sie wertvolle Arbeitszeit für andere Aufgaben einsetzen. Perfekt poliertes Besteck. Ein sicheres Gefühl. Servicebereitschaft steht für uns an oberster Stelle. Für unsere Kunden ist es natürlich wichtig, dass wir auch am Wochenende erreichbar sind. Wir in Harald Wohlfahrt Palazzo in Mannheim legen großen Wert auf Perfektion. Dazu gehört professionelles Equipment, auf das wir jeden Abend zurückgreifen können. Zum Beispiel ein Anrichterband und eine Besteckpoliermaschine, die uns dann immer jeden Abend ermöglichen, große Qualität anzubieten und 450 Gäste glücklich machen. Wir sind hier im Heidelberger Schloss und wir von der Heidelberger Schlossgastronomie haben natürlich hier sehr viele verschiedene Outlets. Vom Imbissbereich über die Festsäle bis zum Gourmet-Restaurant. Und in allen Bereichen wird sehr vielseitig die Maschine zum Besteckpolieren der Firma Dörr eingesetzt, da sie uns natürlich sehr stark entlastet, hauptsächlich abends. Und die Servicemitarbeiter immer sehr glücklich sind, wenn die Maschine da ist, da sie dann wissen, dass sie früher Feierabend haben. Wir sind hier im Wimmerrieden Grand Hotel in Nürnberg. Wir sind zentral gelegen, sind im Fünf-Sterne-Segment fragmentiert. Und uns ist es besonders wichtig, dass wir natürlich diesen perfekten Service den Gästen gegenüber leisten. Dazu gehört auf jeden Fall sauber poliertes Besteck. Wir haben 45 Azubis allein im Food-and-Beverage-Bereich. Und um die in der Branche zu halten, war es uns eben wichtig, dass sie von Anfang an auf den Gast losgelassen werden, von Anfang an raus an den Point of Sale. Und dazu war eben die Besteckpoliermaschine eine super Erleichterung. TD-2000 Die kleine Schnelle 2000 Besteckteile pro Stunde Tischmodell TD-3000 L Das Einstiegsmodell 3000 Besteckteile pro Stunde Tischmodell TD-3000 Der Klassiker 4000 Besteckteile pro Stunde Tischmodell TD-8000 Das Power-Modell 8000 Besteckteile pro Stunde TD-8000 Fill-and-Go Die stärkste 8000 Besteckteile pro Stunde Kein Personaleinsatz, da Selbstverfüllung Mit Thomas Dürr Küchensystemen in eine erfolgreiche Zukunft Wir entwickelten von 1996 bis 2000 unsere Besteckeinwickelmaschine. Durch den großen Markterfolg kamen inzwischen neue Produkte wie unsere Besteckpoliermaschinen, Gläserpoliermaschinen oder auch unser Anrichteband hinzu. Wir wollen auch zukünftig innovativer Marktführer bleiben und arbeiten bereits jetzt an einer Vielzahl von neuen Projekten. K17 ... K17 MIT Untertitelung des ZDF für funk, 2017